Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 20. April. Heute dabei Facebook, Apple, LinkedIn, nochmal LinkedIn und Eventbrite. Beginnen tun wir mit Facebook. Da ist jetzt rausgekommen, und zwar über den Businessdienst Bloomberg, dass Facebook anscheinend daran arbeitet, eigene Prozessoren zu entwickeln. Ähnlich wie Apple also, denn Apple hat ja mittlerweile auch eigene Prozessoren für fast alle Produkte, jetzt mal von den großen MacBooks und den Rechnern abgesehen, entwickelt. Also im iPad und im iPhone sind ja Apple eigene Chips verbaut. Und genau das will Facebook wohl auch machen und damit weniger abhängig von Chip-Herstellern zu sein. Da wundert man sich erstmal, weil Facebook ja eigentlich Software ist, die im Webbrowser läuft, aber die haben natürlich eigene Server-Farmen und es gibt ja auch den Smart-Speaker, der im Raum steht, den Facebook vorstellt. Und dort könnte natürlich eigene Hardware mit eigenen Chips dann entsprechend ausgerüstet werden. Und wer weiß, vielleicht kommt auch nochmal wieder das Facebook-Phone zurück. Aber wenn wir auch schon beim Thema Apple waren gerade. Apple hat nämlich jetzt auch einen neuen Recycling-Roboter. Es gab den Liam, der ist knapp zwei Jahre alt und der hat jetzt einen Nachfolger bekommen und zwar Daisy. Also Liam 2.0 entspricht Daisy und das ist ein Recycling-Roboter, der ein iPhone komplett auseinandernehmen kann in alle einzelnen Bestandteile und diese entsprechend aufbereitet, damit diese dann recycelt werden können. Und Daisy kann bis zu 200 iPhone-Geräte pro Stunde in ihre Komponenten zerlegen. Schöne Sache, dafür müssten natürlich aber auch entsprechend die iPhones eingeliefert werden. Und ich glaube, dass das gar nicht mal so oft passiert. Und das ist anscheinend mehr auch, ja, nicht unbedingt ein Marketing-Gag, aber ja, ob das wirklich so viel Nutzen für die Umwelt bringt, sei mal dahingestellt. Trotzdem gute Sache, kein Thema. Nächstes Thema, LinkedIn, das Business-Netzwerk, also Facebook für Geschäftsleute, wie ich es dann immer gern sage, das testet gerade ein neues Feature. Und zwar ein Feature, um sich mit Leuten zu vernetzen, die in der Nähe sind. Also nicht, dass man entsprechend nach Leuten sucht, die entsprechend, ja, mit Namen oder mit einem Titel oder einer Firma, sondern man ist beispielsweise auf einer Veranstaltung und möchte sich einfach mit den Teilnehmern vernetzen. Und dafür gibt es dann im mobilen Bereich einen entsprechenden Radar, nenne ich ihn einfach mal, der dann anzeigt, welche anderen LinkedIn-Nutzer in der Nähe sind. Und man kann sich mit denen dann vernetzen, sofern diese natürlich auch dieses Feature aktiviert haben. Klingt erstmal durchaus sinnig für mich und erinnert mich so ein bisschen an die Variante von Snapchat, wo man sich ja auch mit Snapchat-Nutzern verlinken kann, die in der Nähe sind, wenn beide gleichzeitig die entsprechende Funktion aufrufen. Und dann braucht man eben keinen Barcode oder Namen, Username oder was auch immer. Und genauso geht es dann auch bei LinkedIn. Also, ich fände das auf jeden Fall sehr praktisch und freue mich, wenn das Feature demnächst mal in der mobilen App für alle dann auftaucht. Und wenn wir schon bei LinkedIn sind, tja, nicht nur Facebook hat einen Datenskandal, in Anführungsstrichen hat auch LinkedIn einen Datenskandal. Wenn auch vielleicht einen weitaus kleineren, aber auf jeden Fall ein Problem. Denn es gibt bei LinkedIn ein Autofill-Plugin, welches entsprechend Formulare voll Daten packt, mit entsprechenden Namen, E-Mail-Adresse, gegebenenfalls auch eine normale Adresse. Und dieses Feature kann ausgenutzt werden, indem Schlau-Hacker auf einer Webseite entsprechend ein Formular einbetten und dann eben diese Daten abfragen und dann automatisch bekommen. Im Detail ist das sehr komplex zu erklären. Ihr könnt euch natürlich auch gerne den Link in den Shownotes mal durchlesen. Aber ich glaube, ganz viele Nutzer gerade in Deutschland benutzen das Feature gar nicht. Also von daher, so wild wird es nicht sein. LinkedIn hat ja auch noch nicht großartig reagiert. Und ich halte ein Auge drauf und werde euch gegebenenfalls weiter informieren. Und letztes Thema für heute, Eventbrite. Die kaufen jetzt das spanische Ticketing-System Ticketea. Und ja, das macht für mich durchaus wieder Sinn. Eventbrite ist ein Ticketing-System und expandiert jetzt. Und anstelle selber was in echten Ländern aufzubauen, also anstelle selber etwas aufzubauen, wird dann auch einfach lokal etwas gekauft und eingegliedert. Und Ticketea ist gerade im spanischsprachigen Bereich sehr groß und hat sich fokussiert auf kleine bis mittlere Event-Organisatoren. Und somit wird das Portfolio von Eventbrite einfach in die Richtung ausgebreitet. Und ja, sinnige Sache. Ich finde es gut, ich nutze selber Eventbrite sehr gerne. Gibt natürlich auch Konkurrenten, aber irgendwie Eventbrite funktioniert, finde ich, immer noch am reibungslosten. Joa, und das war es eigentlich auch schon mit dem Geek Talk Daily. Nicht nur eigentlich, sondern das war es auch wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Freitag. Habt einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag und ein großartiges Wochenende. Und Montag hören wir uns schon wieder. Denn ich habe mit dem Martin die Wochen getauscht und werde auch die nächsten fünf Tage ab Montag dann zur Verfügung stehen und euch mit News versorgen. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.